Israel heute vom 11. März 2021 Religion, die Sache mit den weckelassenen messianischen Textstellen Israel beginnt sich mit der Frage zu beschäftigen, warum Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen, aus der jüdischen Liturgie entfernt wurden. Von David Lazarus Immer mehr israelische Akademiker und Gelehrte scheinen anzuerkennen, dass bestimmte messianische Passagen absichtlich aus den synagogalen Lesungen ausgelassen worden sind. Nachforschungen haben ergeben, dass Passagen wegen ihrer messianischen Konnotation aus dem Wochenabschnitt ausgeschlossen wurden. Weisen die Passagen so eindeutig auf Jesus hin, dass die Rabbiner Angst hatten, Juden könnten an Jesus glauben, wenn sie in der Synagoge gelesen würden? Jede Woche wird am Schabbat in der Synagoge ein Abschnitt Parashat Hashavua aus den fünf Büchern Mose gelesen. Diesem Wochenabschnitt wird die Haftara hinzugefügt, das sind zusätzliche Lesungen aus den Propheten. Die früheste Erwähnung dieser Praxis findet sich zufällig im Neuen Testament, als Jesus am Schabbat in der Synagoge in Nazareth aufsteht und aus dem Buch Jesaja liest. Im Anschluss an diese Haftara hält Jesus eine Predigt, in der er erklärt, dass er selbst derjenige ist, über den die Schriftstelle spricht. Es ist bekannt, dass die Tradition am Schabbat nach dem Thora-Teil aus den Propheten zu lesen, in Nazareth mehrere Jahrzehnte vor der Zerstörung des Zweiten Tempels ein gängiger Brauch war. Ähnliche Belege finden sich in der Apostelschichte, Kapitel 13, Vers 15. Vorsätzliche Ausschlüsse? War es für die Rabbiner schwierig, in der Synagoge genau die Schriftstellen zu rezitieren, die Jesus benutzte, um auf sich selbst als den verheißenen Messias Israels hinzuweisen? Wir können es nicht mit Sicherheit wissen, weil nur ausgewählte Teile der Propheten gelesen werden. Was auch immer der Grund sein mag, der Ausschluss dieser speziellen in Jesaja Kapitel 61 beginnenden Passage aus den wöchentlichen Lesungen ist bemerkenswert, angesichts der Tatsache, dass die Kapitel davor und danach, Kapitel 60 und das Ende von Kapitel 61, sowie die Kapitel 62 und 63 alle jedes Jahr als Teil der Haftarot gelesen werden. Viele andere Teile der Schrift, auf die Christen ihren Glauben als Jesus, als den Messias gründen, sind ebenfalls ausgeschlossen worden. Das bekannte, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, Jesaja 7, Vers 14, eine entscheidende Stelle in der christlichen Theologie, wird nicht gelesen. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die griechische Septuaginta-Übersetzung, die am häufigsten von Paulus und den Aposteln verwendet wurde, das hebräische Alma mit junge Frau übersetzt, was der ursprünglichen Bedeutung näher kommt. Das hebräische Wort für Jungfrau, Betula, kommt in der Jesaja-Prophezeiung nicht vor. Hierzu verweise ich auf mein Video Jungfrau oder junge Frau, das diesen Umstand damit erklärt, dass diese Textstelle nicht allein für Maria und die Jungfrau im Geburt Jesu gilt, sondern dass diese Prophezeiung weiter reicht bis in die Endzeit, wo Jerusalem als eine junge Frau, weil der Staat Israel noch sehr jung ist, wiedergeboren wird und somit ein Kind der Verheißung gebiert. Dies ist bezeichnend angesichts der zentralen Bedeutung dieser Passage im christlichen Verständnis, wie Jesus die jüdischen Prophezeiungen erfüllt. Am zweiten Tag von Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, das die Herbstfeste einleitet, besteht die Haftara aus der wunderschönen Passage, in der Gottes Liebe zu Israel aus Jeremia Kapitel 31 beschrieben wird. Doch hier endet die Haftara kurz vor der Verheißung eines neuen Bundes, einer der am häufigsten zitierten Passagen im Neuen Testament. Auch mit Zachariah 12, Vers 13 wird so verfahren. Diese Stelle wird im Neuen Testament als eine Prophezeiung über die 30 Schäkelmünzen ausgelegt, die als Gegenleistung für den Verrat von Judas an Jesus gezahlt wurden, siehe Matthäus 26, Vers 14-15 und Markus 14, Vers 10-11. Passagen wie Hosea 11, Vers 1 Als Israel noch ein Kind war, da liebte ich ihn und rief meinen Sohn aus Ägypten, werden ebenfalls ausgeschlossen. Möglicherweise, weil Matthäus den Vers benutzt, um zu erklären, warum das Jesuskind nach Ägypten gebracht und dann nach Israel zurückgebracht wird. Micha 5, Vers 2, der sich auf den Herrscher Israels bezieht, der aus Bethlehem kommen würde, siehe Matthäus 2, Vers 6 und Johannes 7, Vers 42, wird ebenfalls nicht gelesen. Ausgeschlossen ist auch Zachariah 9, Vers 9 Nach christlichem Glauben wurde dieser Vers erfüllt, als Jesus auf einem Esel reitend in Jerusalem einzog. Siehe Matthäus 21, Vers 5 und Johannes 12, Vers 14-15. Es könnten noch weitere Beispiele angeführt werden. Ein ultraorthodoxer jüdischer Mann geht am goldenen Tor vorbei, durch das Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog und durch das er laut Prophezeiung eines Tages zurückkehren wird, weshalb die Muslime es versiegelt und einen Friedhof davor angelegt haben. Hier sieht man dieses Tor und hier vorne sieht man den muslimischen Friedhof und die Muslime glauben, dass Jesus nicht über Leichen gehen würde, wenn er nach Jerusalem einzieht. Der Ausschluss messianischer Passagen in den Wochenlesungen ist vor einiger Zeit auf dem angesehenen Weltkongress für jüdische Studien in Jerusalem angesprochen worden. Zum ersten Mal forderten die Teilnehmer eine fortlaufende Forschung zu diesem Thema, einschließlich einer kritischen Diskussion darüber, wie die Quellen des Brauchs messianischer Haftarot zu eliminieren, zu bestimmen sind. Die Erforschung dieses Phänomens, das viel zu lange geheim gehalten wurde, ist damit im Gange. Es könnte ein erster ermutigender Schritt sein, um einige der wichtigsten messianischen Prophezeiungen an die Synagoge und das jüdische Volk, das sie uns gegeben hat, zurückzugeben. Also wenn man das liest, hat man fast den Eindruck, als ob in Israel ein Fragen nach dem Messias aufkommt, das dazu geführt hat, dass dieses Thema sogar auf dem Weltkongress für jüdische Studien in Jerusalem angesprochen wurde. Fast hat man den Eindruck, als ob das Feld weiß zur Ernte ist und Israel, insbesondere Jerusalem, sich für den Messias interessiert und so vorbereitet wird auf den Tag, an dem Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren wird. Soweit in aller Kürze, alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Soweit in aller Kürze, alles Gute, Gottes Segen und bis bald.